Ja, hallo, ich bin der Sören, unverzagt. Die Firma sitzt in Bad Kreuznach in der Nähe von Mainz. Ja, verheiratet, ein Kind, 37 Jahre alt und ja, wir sind mittlerweile circa acht Angestellte und sind im Sanierungsbereich tätig. Ja, wie bin ich Dachtecker geworden? Ein ganz lustiger Umstand. Ich in den Schulpraktikas habe ich einen schweren Unfall gehabt und war genau in der Praktikazeit im Krankenhaus und habe dann in den Ferien danach eine Woche Praktikum als Schornsteinfeger gemacht und eine Woche Praktikum als Dachdecker. Und da muss ich schon ganz klar feststellen, Dachdecker ist schon furchtbar abwechslungsreich, extrem vielseitig und das hat mir schwer imponiert und von daher war echt relativ schnell die Liebe entfacht.